Hallo und herzlich willkommen hier bei Düsseldorf Dormant L. Heute tippen wir den 28. Spieltag. Seit diesem Spieltag habe ich nur ein Spiel richtig getippt. Sogar Wolfsburg gegen Falke. Die anderen waren falsch. Kommen wir zum nächsten Spieltag. Grafik passt gerade wieder nicht. Ich denke mal, jetzt wird es besser. Bayern gegen Dortmund tippe ich ein. 0 zu 1. Sehr knappes Spiel wird es. Hoffenheim gegen Köln ein. 0 zu 2. Hertha Regen Wolfsburg ein. 1 zu 1. Ich glaube, ich muss den Handy Ständer holen. Deswegen bist du immer gleich. Weil irgendwie rutscht der Blatt zu viel aus. Bis gleich. So, weiter geht's. Werder Bremen gegen Wolfsburg gegen Frankfurt tippe ich ein. 0 zu 2. Schalke gegen Freiburg tippe ich ein. 1 zu 0. Levan Kusen gegen Augsburg gegen Augsburg ein. 1 zu 1. Mainz gegen Gladbach ein. 0 zu 3. Hannover gegen Leipzig gegen Leipzig 1. 1 zu 2. Und Stuttgart gegen Hamburg ein. 0 zu 0. Und ja, das waren meine Tipps vom 28. Spieltag. Und das war es auch von diesem Video. Vielleicht kommt noch ein Video raus von der 2. Liga. Auf jeden Fall, das war es von der 1. Liga. Ciao und bis dann. 1. 1. 2. 6. 8. 12.